2 Kohle Zwei Kohle Korn für die Kühe Ne doch, für die Kühe, für die Schweine und für die Schafe, ne? Ne, die Schafe will ich gar nicht reinpacken, für die Hühner brauchen wir die Samen, ne? Richtig Ja Was war zuerst da, das Huhn oder der Samen? Ähm, ja Toll, ich hatte den gerade schon auf dem richtigen Tier und hab ihn wieder ab Wer will denn hier einen Diamant-Axt gerade bauen? Wer war das? Diamant-Axt, äh... Ich war da Könnte sich jemand bauen, ich kann sie zu einer besseren Axt machen mit dem Ritual Deine Hexenkraft Hexe! Verbrenn sie! Wir sollen sie Wir haben doch gerade über Brüste gesprochen bei Männern Ja Hallo? Aber an Achtfach-Z komm ich leider nicht ran Ich glaub, Z gibt es auch gar nicht Also ich kenne mich damit ja nicht aus, weil... Ich hab zwar Brüste aber nicht so große Aber doch nicht Z Z gibt es doch gar nicht Weiß nicht? Keine Ahnung, ich hab das einfach mal erfunden Ich glaub das geht nur bis F oder G oder so Ich kann nicht fliegen Ach, nur, nur Reicht ja nicht schon Stell mal vor, du hast so, weiß nicht, G, Doppel-G Keine Ahnung Wer ist das schon so ein Doppel-Rucksack? Ja, das ist wohl wahr, kannst du campen mitgehen, ey Du musst deine eigene Molkerei aufmachen Ja, genau So viel Gewicht wird mir mitgeschleppt, ey Nimm doch mal meinen Camping-Rucksack Nein, ich hab meine eigenen dabei, danke Bindest du denn live eine Räder ein, oder was? Ja Hallo, guckst du mir zu, oder was? Ja, ich guck, was du so machst Es sieht witzig aus Es sieht aus, als würdest du so einen Kirchturm baufen, oder so Einfach nur ein kleines, gemütliches Haus So eine Holzkirche Von damals Die Glocke Und jetzt kommt der Glockenturm Oh, die Hühner dahin Jetzt sind die hinter dir Hallo Kühe Schweine Ich glaub ich brauch davon noch ein paar Nein, ich bin da nicht beschützt Wie viel Zeit hab ich denn eigentlich? Bis 23 Uhr Ja So viel du willst bis 23 Uhr Okay Also sieben Folgen Sieben mal 15 Minuten eigentlich Also ich, ich bin eigentlich nur zu deinem Schutz hier Da mein Baumhaus ja abgefackelt ist Hab ich jetzt gerade nichts mehr zu tun Und deshalb werde ich dich vor Zombies und Geblüben beschützen Das sieht nur so aus Das ist ja nett von dir Wir haben versucht so schnell wie möglich zu löschen Das war ein Meteoiten-Schauer Ein Meteoiten-Schauer? Ja, ja, von Meteoiten Ein Mesoiten-Schauer Ein Mesoiten, ja Mesoiten, mhm Ein Mesoiten-Schauer Waren die Schiiten auch dabei? Oh Gott, jetzt werden wir bestimmt bombardiert, ey Oder ein Flugzeug fliegt bestimmt in den Schiiten In den Dings rein Gibt's hier auch Flugzeug-Schauer? Ohohohoho Das wird jetzt böse Flugzeug-Schau-Mmm Ja Vielleicht Ey guck mal, wir haben doch Twin Towers Guck mal Wir haben Twin-Bäume Kein Witz, guck doch mal hin, Mann Wir sind schon echt gedrückt, nein Wir sind prädestiniert Dann lösch mal schnell, ne Ach wenn, dann schieße ich mal auf meine Beschützerin Voll nett Voll nett Einfach zack, Headshot Voll ins Knie, weg Ja, so ist das Ey, wie, das geht einfach durch dich durch Ne, jetzt hab ich dich getroffen Aber es ist so eh feuerfest, genauso wie du auch Also du kannst auch in Lava schwimmen Ja Oh, sehr schön Das ist doch, doch ne Hexe Ich hoffe, das passt mit dem Bett, wenn ich das da oben hinleg Ah ne, da muss noch ein höher Jetzt kommen wir nur nach Hause, das ist nicht so legt Ja, ähm Ja, ähm Wollen wir, wollen wir denn jetzt diese Aufnahme den Tower clearen oder lieber dann die nächste Oder? Egal Also, äh, ich meine, du weißt ja wie lange das dauert, ne? Ja Du brauchst mindestens vier Rucksäcke Ja Was für ein Tower habt ihr schon da vor? Äh, Ruther hier, hier gibt's so Tower wie damals in, äh, Hexit Ach so Ja, die sind ein bisschen verzweigt, da kannst du aber auch mal Ruther mitnehmen Ich kenn das Ding ja schon Ich wollte nämlich heute so ein bisschen mit der Bienen anfangen Aber momentan baue ich noch Wieso kann ich die Kühe nicht füttern? Ja, das ist, der Server legt grad ziemlich hart Ja, ich, das bin ich, ich bin gleich wieder da Das bin ich Tut mich sorry So, hab ich jetzt mein Schloss hier, Alter Was machst du denn? Ich war nur ein bisschen weiter weg Du weißt ja, ne, hier fliegen und alles Mesoiden? Alter, helf dich, ey Sag, ne, tic-tac bei mir, ah, okay Tic-tac, tic-tac, tic-tacke, tic-tacke 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 Schwarze Wollmilchsau, wir haben eine eierlegende Wollmilchsau, wir haben eine eierlegende Wollmilchsau, wir haben eine Kuh, ich mach dich fertig, ich kann jetzt auffliegen, wir haben eine Kuh, die man scheren kann Die, 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 haben wir da nicht, haben wir da nicht, ähm, kann sein, dass er gestorben ist, weil, äh, ich mach mal eine neue, so, ein Gen, Wooli, Wooli, Wooli Also schwarze Wolle wäre schon sehr nice, ihr habt eine Menge weiße Wolle, aber ihr habt nichts zum Färben da, äh, Black nicht mehr, hier, das ist ein Baum, wir haben Blut da, ganz viel Blut, du kannst rot machen Wie wär's denn, wenn wir, äh, einen Baum fällen? Nein, leg doch Ja, aber das ist die beste Option Obwohl, Black Tree, daher müsst ihr doch funzen Naja, das geht auch Okay, gut, dann Mach ich das mal damit Ich seh schon, ich muss bald die Raverpflanzen aufstellen, oder? Die Raverpflanzen, uh, jetzt, ne? Was machen die Raverpflanzen? Ja, genau, uh Ja, das sind die, ähm, aus diesen Pflanzen kannst du irgendwann, wenn du die genug Essenzen hast, kannst du Farbe draus generieren Aber das Problem an diesen Pflanzen ist, dass sie die Augen einfach explodieren, weil die ganz schnell, wenn die ausgewachsen sind, ihre Farbe wechseln Und deshalb heißen die Raverpflanzen Sieht aus wie ein Disco Ja Oh, danke nochmal hier an die Schwende von Banks Dankeschön, Dankeschön Ähm, wer hat grad die Säge rausgenommen aus dem Terminal? Ach, ne, Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler Hat er selber, wahrscheinlich du, genau Ne, ne, ich hab die, ich hab die nicht im Terminal gelassen, sondern in der Crafting-Bench daneben Eieiei So Wer hat meine Säge geklaut? Oh, sorry Ich war selber Ein paar Panels mach ich mir noch, dann mach ich mir auch noch ein paar Deine Zuschauer sehen nur, wie du dich opferst Ja, ich opfer mich die ganze Zeit, nur für die WG Oh, das ist aber schön Sehr geil Ich sehe gerade Werbung für den scheiß Pizza-Burger Blätter brauch ich auch noch Lecker Hey, werde ich niemals essen in meinem ganzen Leben Oh, der ist lecker Mein Kollege hat gesagt, dass es gute Markenstrategie ist, um noch mehr Teig los zu werden Blätter? Blätter vom Baum, ja Aber ist egal, ich mach mir eben eine Schere und geh selber irgendwo betrunken Da kannst du vor allem dann auch die bunten, wenn du Ne, ich will normale Oak-Dinge haben Böne, schöne Punkte Ja, einfach ein Stückchen weiter aus der Stadt Oder im Südwesten oder so Oh, da hinten ist Schneebiom Wir haben bestimmt Sepplings und wir haben bestimmt auch ein Siegel of Green Grove, was gerade ein bisschen frei ist Nicht wahr, boys Hat doch schnell Bäume wachsen lassen Ne, passt schon, passt schon Ja, könnte ich eigentlich rein theoretisch Warum funktioniere ich die Brüder jetzt nicht? Irgendwas funktioniert hier nicht Ja, 25 Blatt habe ich, oh ihr müsstet jetzt gleich nochmal higher machen Ja, ich geh ins Bett Ja, ich geh auch Ja, ich geh auch Hast du wieder, hast wieder dein Lieblings-Sandwich erreicht, ja Ja, ja, hab ich Dein Lieblings-Sandwich, oh yeah Ah, siehst du, Stonebricks brauche ich auch noch Der, der Sipps hat einen Plan, was er bauen will Ja, sieht so aus Der Sipps hat einen Plan Der Sipps hat einen Plan Ich hab jetzt auch den Livestream angemacht, jetzt kann ich sehen, was er tut Aha, ich stocke dich Nein Nein Du kannst, warte mal Ich guck auch gerade den Stream, aber beziehungsweise, ich guck eher den Chat Ich hab jetzt nicht gestellt, aber Genau Irgendwas leuchtet falsch Ja Ja, ich hab auch gerade das Gefühl Ja Aber egal Wie lange geht der Stream, solange wie es eben dauert Hm, da ist böses Feierohr Bis zu Unendlichkeit Bis er Ende ist Und noch viel weiter Und noch viel weiter Ah Geil Das funktioniert jedes Mal Ach nee, warte mal, da sind sie doch Hab ich da keine Hunde Schabemisch verbaut Wer möchte mit mir zusammen vier Wizzers killen? Fünf Warum brauchst du Wizzers killen? Ja, ich brauch, äh, ich brauch Wizzercubes, Nethercubes Oh, Sunny winkt uns aus dem Ding zu Da muss ja vorher Wizzers killen Hallo Sunny Hallo Sunny Hallo Sunny Kann ja auch mal was schreiben Wo Sunny Jetzt hab ich was im siebsten Chat geschrieben Wuhu Dann kann Sunny nachher Mod spielen für mich Das ist super Das ist ja noch ein bisschen länger wach Ach wie süß Pionieren uns aus Sie wissen, dass wir sie nicht mögen I don't care, ob mich jemand mag oder nicht Ich bin trotzdem verrückt Hahahaha Auch von Core 50 Cent bekommen Dankeschön Weil's einfach toll ist Ich habe dich Bemerkt Pizzaburger sind ill Wo pack ich denn mein Bett hin? Wo pack ich denn mein Bett hin? Wo pack ich denn meine Breeder nicht? Ich finde das doof Mein Bett pack ich, glaube ich, dahin Komm, ein Hochbett Ein Hochbett Nomm, nomm, nomm So Eigentlich sollte der Breeder funktionieren Der läuft auf jeden Fall Du brauchst deinen TS für dich und deine Freunde Und jetzt geht's los Pornös Der Breeder braucht doch nur Strom und, äh So eine Werbestimme Und wie zum Beispiel, oder? Der Breeder, Moment, ich geh mal runter Irgendwas, weil du dein Schwein müsstest Weil We kill the fire or Kill it, kill it, kill it Was? Ich schmeiß grad irgendwie alles mögliche weg gerade Tut mir leid Ja, aber Schweine nehmen keinen Weizen, sondern Karotten Aber ist okay Ach ja, stimmt Okay, aber dann müssten das ja die Kühe schaffen Auf der anderen Seite Ne, aber so weit kommt der nicht, oder? Haben wir die nicht so genau am Ramm stehen gerade? Ne, ne, ich glaub nicht Ach ja, die Schweine, das wurde ja irgendwann mal geändert Das wird doch schon ewig nicht mehr Das ist das Problem Ja, 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 ja Jetzt kann ich wieder nicht fliegen hier, weil das Ding hier gerade Ich glaub, du hast die, ähm, also die eine Taste eingerastet Die Alttaste eingerastet Ach Darum schmeißt du doch alles weg Ich hab jetzt alles wieder Ach Ich denk mir grad, wer schmeißt es dann dir ins Craftingfeld, ne? Ich Ich Ja, aber wieso, die Kühe, die sind doch direkt vom Breeder Warum, warum klappt das bei den Kühen nicht? Ich guck das bei den Kühen mal an Aber wer hat mir jetzt hier eine Mickey gegeben? Was hast du den Kühen denn zu essen gegeben? Die essen ja wohl Weizen Die Kühe, die Kühe haben aber Ah, jetzt haben sie grad ein Baby gekriegt Zwei sogar Zwei sogar Drei Weizen, würd ich grad sagen Also, jetzt gehts gerade, ja, ja, okay Ja, weil ich da bin, die haben Angst vor mir, die Maschinen Oh, guck mal Da ist jemand, der möchte, dass wir seinen Namen vorlesen Nein, aber ich bin mir ganz sicher, dass das irgendjemand tun wird für dich Irgendwann, also gib nicht auf Hä? Bin eine Diamantschaufel an, will ich mal zugucken Ja? Hallo, ich darf den Leuten doch ihre Träume nicht wegnehmen Wer bin ich denn, wenn ich Leuten ihre Träume wegnehme? Der Chronotyper, wie stelle ich den Chronotyper um, dass er keine Babys transportiert, sondern nur Erwachsene? Ähm, den stellst du um auf Warum willst du Erwachsene transportieren? Der soll doch Babys transportieren Nein! Achso, jetzt hab ich's okay Was? Kindertransporte? Ja, aber die sollen dann erstmal erwachsen werden in der Mitte und dann werden sie erst transportiert, weißt du doch Was geht hier ab? Die werden deportiert? Ja Also Wohin? Ähm, zum Smorterhaus Als Babys? Klar Nein, als Erwachsene Hallo, was fliege ich denn hier schon hin Die werden aber erst als Erwachsene geschlachtet, vorher kann der nichts machen Achtung Dann gibts, dann gibts hier Sousa Woha Oh nein Der Bar ist trocken, Alter Oh nein Was denn? Oh, von außen passen die Dinger nicht mehr, oh ist das ärgerlich Ich werd, werd ich vom Blitz getroffen und ich geh mal in ein Haus Ich suche Shelter bei Sepp im Haus Ja 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 Ja